Moin, der Barry hier. Heute kam ja die neue Pistole raus, die Sieghof und ich habe nochmal hier ein kleines Update für euch und zwar ist Akembo nicht verbannt. Man kann das ganze freischalten. Die Beschreibung ist nur nicht richtig. Ich zeige euch das ganze mal. Und zwar wenn ihr hier auf Akembo geht bzw. hier unten auf den Extras, ist ja hier unten Akembo noch nicht freigeschaltet. Da steht dann erreichen sie drei Abschüsse in fünf verschiedenen Games mit den extra mehr Moneten und das mit der Renetti. Das stimmt nicht. Ihr müsst nicht die Renetti benutzen, sondern die Sieghof, also die Pistole hier. Ihr benutzt dann einfach mehr Moneten und dann macht ihr die Aufgabe. Also das heißt, ihr macht dann drei Abschüsse in fünf verschiedenen Games. Ihr könnt auch Multiplayer zum Beispiel Leaven oder im Beutegeld. Könnt ihr das auch erspielen. Und dann, wenn ihr das ganze dann abgeschlossen habt, seht ihr auch, dass ihr hier eins von fünf habt und immer so weiter. Also ihr müsst einfach nur die Sieghof mit mehr Moneten benutzen, nicht die Renetti. Dann könnt ihr das ganze freischalten. Also ganz einfach. Ich habe das ganze jetzt auch nochmal gemacht. Wie ihr sehen könnt, habe ich Akembo. Und ja, so geht die Waffe nochmal ein ganzes Stück mehr ab. Ich zeige euch auch nochmal, was ihr machen müsst, damit ihr die Waffe freischalten könnt. Ihr müsst mit einer Pistole vier Feinde töten. Das ist auch in fünf verschiedenen Games. Und da benutzt ihr einfach irgendeine beliebige Pistole. Das könnt ihr in Beutegeld machen oder Modern Warfare Multiplayer. Einfach vier Kills machen, fünf Runden lang. Und dann habt ihr die Pistole freigeschaltet und dann könnt ihr die ganz normal hochleveln. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die schnell hoch haben wollt, macht euch doppel EXP an. Und dann, wenn ihr die Pistole freigeschaltet habt, könnt ihr auch direkt schon, wenn ihr mehr Moneten habt, Akembo freischalten und dann halt Akembo spielen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weit helfen. Falls euch das ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, zu der Waffe oder zu dem Freischalten, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir werden uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.